herren willkommen zu einer neuen aufnahme diesmal spielen wir ein normales city build minecraft auf dem server winteration.eu und hier seht ihr auch schon der owner und der motto sie sind alle wirklich nett und hier ist halt ein normales city build und ihr seht ihr auch hier schon haben manche leute was gebaut und ja ich habe natürlich auch schon ein grundstück ich wollte das eigentlich nur mal anspielen und ja das habe ich aussehen ganz lange gemacht weil es macht einfach so viel spaß auf diesen server zu spielen das ist unnormal so dahinten muss ich mal ungefähr rennen ist das mensch? ne ich mache einfach slashplotteleporttomiluki so ich hätte auch slash auch machen können aber ja soweit habe ich schon mal gebaut und ich würde sagen heute bauen wir mal die zweite etage und ja jetzt haben wir ja noch ein bisschen dann können wir schon mal ein bisschen anfangen dann machen wir uns ganz viele slabs malen so müsste jetzt erst mal reichen und ja wie ihr auch schon seht ich bin der einzige der youtuber rang hat also ja nicht der einzige sondern das ist der einzige server wo ich youtuber rang habe und das ist der einzige server wo ich youtuber rang habe und ja darüber habe ich mich natürlich sehr 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 gefreut so ja so ja also es macht wirklich viel viel spaß hier zu spielen es gibt auch mit slash warp kann man in die hölle gehen farmwelt oder ins end ins end und die hölle habe ich hier noch nicht gesehen ich bin nur in die farmwelt gegangen immer so 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 dann gucken wir mal wie weit wir heute kommen also das dach müssen wir also naja ich dachte dann zweite etage werden wir doch hoffentlich fertig bekommen so 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 die leiter können wir uns mal schon machen Ähm... So... 1.3 ist das mal reich. Machen wir am besten... Geht das mal. Ja, das müsste funktionieren. So... Natürlich gibt's von dem Server auch natürlich ein TeamSpeak. Und der ist auch ganz cool. Und wie gesagt, der Owner und alle... Auch wenn man irgendwie mal einen Support geht... Sind alle übelst cool drauf. Und das macht wirklich übelst viel Spaß, hier auf dem Server zu spielen. Also, checkt den Server mal aus. Und... Macht eure eigene Meinung. Oder... Spielt mal ein bisschen hier drauf. So... Ihr könnt ja zum Beispiel auch neben meinem... Ähm... Plot hier... Eier anbauen. Und der können wir mal zusammen ein bisschen spielen oder so. Damit hab ich kein Problem. So... So... Ich bin ja eigentlich alleine auf das zu machen. Ich bin ja eigentlich alleine auf das zu machen. Ne. Ähm... So... So weit... So weit... Ich mach mal den Regen ein bisschen aus hier. So, das ist hier zum Beispiel auch ein Mod, so wie man es unschwer erkennen kann. Du bist gerade in der Aufnahme. So, also wir werden noch ein paar Slips machen müssen. Die werden jetzt nicht reichen glaube ich. Ja, auf gar keinen Fall. Machen wir gleich noch ein paar. So. Dann bauen wir das zu Ende noch. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part wahrscheinlich vielleicht mal das Dach. Oder ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich als nächsten Part machen soll. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht dann jetzt noch eine Aufnahme aufnehmen werde, dass ich das Dach in der Aufnahme machen werde. Oder den Keller, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube mal 100% oder 99% dass ich das Dach mache. So. Oh! Schon wieder alles aufgebraucht. Oh! So. Such. So, so, so... so 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 ohja hier müsste ich nochmal in Holzfarben gehen so jetzt Slash Warp, ihr könnt das auch schon sehen und so dann werde ich jetzt teleportiert so jetzt... so jetzt... so jetzt... so jetzt... So und dann gehen wir jetzt schnell Holzfarmen Okay ist ein anderer Freund glaube ich an, ne noch nicht Wurde halt nur mehr gebaut Ja werde ich auch nochmal mit dem Mods und so reden ob man nicht die Farmwelt immer wieder jeden Tag zurücksetzen kann oder so Weil man sieht ja ja So dann bauen wir noch schnell die Bäume ab So Dann hier nochmal Ja Ähm Hier hat nämlich jemand richtig abgebaut Ah ne das ist heutzutage ja gar nicht Das heutzutage So So Müsste jetzt erstmal schnell reichen Und dann wäre ich auch wenn wir Morgen dann das Haus bauen Ähm wäre ich Nochmal schnell offline Bisschen Holzfarmen gehen Da mache ich das, ne ich werde es bestimmt eine Aufnahme machen, weiß ich nicht Mal gucken und ja So So das nehmen wir jetzt erstmal Ähm So, so 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 Und dann Deine Was natürlich mal wieder klar So Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen da oben da, abonniert mich und ciao, bis zum nächsten Mal.